Oleg, was ist das für einer? Oh Mann, ey, wieso kann der da nicht einfach drüberschießen? Die kleinsten Gegenstände im Weg, sonst schießt er da dagegen. Alter, wie groß ist denn das Gebiet, ey, das ist ja Hammer. Oleg, so wie erst am Anfang. Vor allem, wir haben voll viele Sachen ausgelassen, wenn wir das alles erkunden wollen, ey, boah. Oh, was kommt da? Oh, da ist Lila. Oh Mann, da war der ran. Oh, lecker. Alter, was ist das für die Gegner, bitte? Wie geblockt? Gibt's nicht geblockt. Er blockt alles von mir. Oh, da ist ein Zauberspruch, alle heilen. Ja. Da gehen wir mal beide nach Süden, oder? Fuck. Kommt ihr mal nach Süden, bitte? Danke. Ja. Kommt auf die Gegner, da kommen wir. So, okay, dann mach ich sie halt alleine am Platz. Oder so. Aber stirbt nicht. Oh, fuck, was ist das? Glockenlauch alles, das ist schon echter Knaller, ey. Hä? Ich verschmetter irgendwie, ich will den mal, ich stehe immer, ich verschmettert. Ach was, den trifft man auch nicht. Das kommt nicht hoch, Mann. Das ist für Adeln. Das ist zu für ein harter Krieger, Mann. Scheitern am kleinen Berg. Hat er nicht. Oh, die Totems kann man serstören, da kommt ganz viel Gold rum. Oh. Und da ist ein riesen Angelloch. Da müssen wir die Gärangel rausholen. Die Gärangel. Oh, ein Angelloch. Oh, ein Angelloch. Warum blocken die alles? Das gibt's doch nicht. Oh, fuck. Hier ist die Fasche. Irgendwie bin ich wieder der Einzige, der kämpft. Ich bin auch dabei. Ja, hab ich gesehen. Aber die anderen sind schon wahrscheinlich im Angeln. Die sind nach Angeln. Ne. Erstmal Pause machen. Quartier. So, machen wir mal das Totem am Arsch. Okay, das ist grad beim Arsch. So, jetzt gehen wir angeln. Habt ihr's? Gut. Ähm, wir müssen jetzt erstmal angeln. Da ist noch einer. Ne, das sieht nur so aus. Angeln. Wie ging das nochmal? Oh, Digga. Bis sie es in der Meda schon andrücken. Ja, genau, wenn sie es in der Meda schon andrücken. Blauenkreis außen rum erwischt. Dann musst du drücken. Ich will auch angeln. Nein! Es ist nicht so früh. Ah, verdammt. Da haben wir auch... Wir haben nichts gefangen. Wir haben nichts gefangen. Boah, nichts ist nicht schlecht. Nichts ist nämlich immer besser wie gar nichts. Fisch? Geil, ich hab was irgendwas, was ich nicht... Großes Netz, Fisch. Dauert voll ewig und dann... Jetzt ist es weg. Jetzt kann ich nicht mehr benutzen. Schau ne. Was hab ich denn jetzt hier? Ne Ding-Mage. Für... Ja, ich hab was. Ich hab Knochenfisch. Unken-Makel. Ich hab nichts gefangen. Ich hab drei Stück gefangen. Ich hab drei Stück gefangen. Wie? Was? Der Teufelskerl hier. Guck erst einmal, ob die Liege brauen, Mensch. Oh, 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 warte mal. Ah, war ja. Ich hab Z-Gegenstand, aber... Guck nach... Geld ab ist viel Money, ja... Geld ab Stress schibrieren, ja, 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 ja. Kannst du mal abhalten, geht? Mit einer, ich sitze es mir gelten, wie ich hab. Kannst du verkaufen. Mach ich schon. Ist schondy. Ja, komm. Die Begleiter! Er ist'n wieder da. Hat die Kohlen schon gebracht. So, also ich glaub das Eckhammer. Alter ich hab Thor Assammer, Alter. Gehen wer mal da links rum. Wie heißt der mell in wonderedhammer? Yoiniev Schmollbier Ey ich, Alter. War allm أَمَكَrself das ist auch so ein Schmollbier Es ist so blöd, dass es keine riesige Map gibt, zum Aufrufen, wenn man einen Überblick hat Aber nicht sind noch Gegner Oder weiß jemand, ob es sowas gibt Glaub nicht, ne? Gibt es sowas Ähnliches? Doch! D anar pensa mitten drin Ja, aber dann bist du eigentlich größer, oder? Doch Und? Und? Und angel noch! Angel noch! Juhu! Angelt noch? Ich hab nichts gefangen! Reifer Sora? Wir haben nichts gefangen! Oh, fuck! Ich hab zu früh gedacht! Die Ungeduld! Okay, ich folge euch! Großer Netzfisch! Nichts gefangen! Wilderer Waffe hab ich! Ah, okay! Seid ihr überklangt? Ich bin leider schon wieder nichts! Alles klar! Schade! Fang immer was! Moby Dick hab ich gefangen! Moby Dick? Sehr gut! Ich hab... Ja! Ja, Mann! Haltbar! Fisch mit Inhalt! Ja! Zack! Fisch mit Inhalt! Fisch mit Inhalt, ey! So! Jetzt! Äh... Wo war man jetzt noch nicht? Hier rüber kam man bestimmt auch noch! Zack! Hier gibt's so ne Brücke! Gibt Zauberstab! Cool! Da sind sie schon am Kämpfen! Geh ich halt... Ohne euch da weiter! Da ist aber nix! Schade! So! Bitte! Bitte haben wir das alles! Da hinten ging war doch auch noch was, oder? Ja! Kommen wir da nicht durch! Da kann man hoch! Drei... Treffen wir uns dann? Ja! Einfach da wo ich bin! Haltbare Mütze! Ah! Ist ein Rundweg! Da ist nix mehr! Doch! Da kann man was... Du hast da was geöffnet und da liegt ganz viel Gold! Also ist da doch was! Na gut! Dann hab ich's halt schon eingesammelt aber! Ja! Ist ein Gegenstand! Ein blauen Gegenstand noch! Für den bunten Abt! Das kriegt der jetzt aber nicht! Was?! Hat gesagt, da dir ist nix! So! Da hinten ging's doch noch nach... nach Norden hoch, oder nicht? Wo wir vorher... Seid jetzt alle hin? Boah! Was ist denn da? Boah! Was ist denn da? Boah! Äh... Keine Ahnung! Ein von mir nach! Du weißt doch selber nicht wie lange gehört! Doch! Da vorne... Da ging's doch noch nach Norden! Sicher? Wo ihr mich im Stich gelassen habt! Ich glaub aber... Da hat's alle hin gepaced! Oh! Fuck! Der kommt weg! Ach! Einfach mal zum Platz! Da geht's nämlich nach Norden! Irgendwie ist der All Rampage... Äh... Äh... Weg! Und ist halt... Ja! Der All Rampage ist weg! Und du bist auch weg! Du bist weg, ja! Ich bin... Ich bin doch da! Ne, nicht alle! Nur du und... Und all Rampage! Genau! Ey komm mal bitte! Komm mal bitte! Ich bin unterwegs! Wir haben heute einen Schlüssel gefunden! Ui! Muss man jetzt wieder ganz aus dem Spiel raus! Ja! Ja! Wir können euch ja dann ein Portal aufmachen! Okay dann! Ja! Ja! Wer kommen könnte! So machen wir mal das! Da kann man auch noch hin! Oh fuck! Voll viel Fallen hier! Kann mir jemand in ein Portal setzen? Ja wir warten gerade bis der Madden da ist und dann... ...stackt einfach Bescheid! Wir sind ja beide durch, weißt! Taktisch und so! Oh, das ist eine Falle? Ja! Wenn du reintrittst, macht's... Ich hab auch mal Fail geschlagen! Was soll das jetzt? Boah Alter, wie groß ist denn das Scheißgebiet, ey! Aber man muss halt fast alles säubern zum Fail! Der nimmt Erfahrungssfehler, schätze ich! Ja! Ja, alles rein! Außerdem wollen unsere Zuschauer ja auch was von der... Ähm, die konnten halt nochmal zurückgehen und inzwischen dann sauber machen! Ja, wollen wir... Wir können auch einfach mal kurz warten! Ja! Der ist ja gerade überall Gegner, ne? Ja, im Kampf möchte ich nicht grad gern... So, jetzt können wir hier ein Portal setzen, ne? Habt ihr eins? Der Link ist noch nicht da! Achso! Habt ihr ein Portal gesetzt? Achso, der war dann sogar nicht da! Dann machen wir den Zwischengang hier noch schnell! Ich steh'n! Nach Süden! Da oben geht's weiter zur Quest, ich hätt' gedacht! Achso! Welchen meinst du dann? Einfach hinterher! Hier! Ja, warte, ich komm! Ja! Ich komm' auch, ich komm' auch, komm' auch! Und nämlich noch... Gegner! Jetzt bin ich da! Okay! Warte, ich leg' mal da eins, okay? Ja! In your face! Ich hoffe, das geht jetzt richtig! Ich... Huh! Den hab' ich grad gerufen! Dann warten wir grad hier mit der Questannahme, bis die anderen da sind! Achso, da kann man dann... Ah, da gibt's auch ne Crash, ne? Ja, den hab' ich grad gerufen! Ich hab' den Laterne angemacht in Kamer! Ja! Ja, das hab' ich auch gerade gemacht! Fabi, ich bin auf jeden Fall schon mal hier! So! Ja, dann nehm' ich die Quest mal schnell an! Ja! Ich warte los, glätt' noch! Und jetzt? Muss ich durch das Portal gehen! Und dieses Portal auch? Ja, ich seh's auch! Geh' mal durch! Ich geh' durch! Ja, ich geh' durch! Ja, ich geh' durch! Puh! Du bist durch! Du bist durch! Du bist durch in der Welt! Boah, Alter! Ich hab' noch Sachen zu verteilen! Alter, wo bin ich hier eigentlich? Das weißt nur du! Ähm... Ja! Ich hab' die Szenen ins Portal! Geil! Du musst ja, das sollt' ja... Oh, ja, ja! Hier, die Quest annehmen! Ja, und dann kommt ein Portal! Und dann kannst du da durch! Wo ist die Quest? Ja, du musst die Lampe... Genau, auf die Lampe klicken! Dann kommt das... Hey, da ist... Da kommen schon Gegner! Ja! Ja, das ist, wenn du wieder zurück willst! Ah, zur Oberfläche! Dann wollen wir ja nicht zurück! Dann wollen wir jetzt! Dann ist da ein Portal! Genau! Quest annehmen! Dann kommt ein Portal! Dann gehen wir rein! So krabben, ey! Mh, krabben! Mh, krabben! Mh, krabben! Hier! Nix! Boah, ist ein bisschen... Nothing here! Das lag' grad'n bisschen, gell? Ja, wenn die... Wenn die anderen reinkommen, dann lag' das ganz kurz! Ich hab' wahnsinn! Ich bin jetzt schon Level 11, die Viecher! Ich bin gespannt, wann sie mich dann mal raushauen! Wär' schlecht! Ja, wär' richtig schön! Vor allem, weil ich aufnehme! Ja! Was, du nimmst auf! Boah, shit! Mach' ich gar nicht gesagt! Mach' ich gar nicht! Wusste' ich gar nicht! Ja, sorry! Alter, ich zieh's dir nackt! Ich hab's einfach mal! Ich hab's einfach mal! Das passiert doch die Zuschauer nicht! Ich hab' gedacht! Sie ist mit... Die Zuschauer, äh... Sie sehen's doch gar nicht! Boah, ich bin tot! Ich bin tot! Scheiss! What the fuck! Machen wir halt Eingang, was soll's! Ooooooh! Ich hab' voll nicht aufgepasst! Boah, da kam' grad echt zu viele, gell! Komm, Leila! Du bist level 11! Oh, ich bin auch tot! Siemonat! Ich hab' halt gezahlt! Siemonat ist ja billig! Ich hab' über 1000 gezahlt! Ich hab' das geht prozentual! Ich hab' immer zehn prozentual! Ja, ja! Ich hab' immer zehn prozentual! Ja, ja! Also, Jungs! Ich bin einfach durch Schlaf rausgegangen! Geht nur mal ins Portal ran! Mal und sein Portal steht ja noch! Doch! Super! Oh, wenn er sterbt! Macht's lieber ne Start! Jo! Ich schick' jetzt einfach meinen Begleiter ganz viel Zeug holen! Dann hab' ich auch nicht mehr viel Geld! Dann kostet's mich auch nix mehr! Das ist doch ne Taktik! Hab' mir auch schon gedacht, ey! Das, egal, was ich das... Egal, das gefällt Dingsten nachher! Warten mal kurz! Das mach' ich auch mal! Wir sind leider schon im Kampf! Einfach mal... Hey, warte! Ich... Ich... Ich hol' mir... Ich hol' mir die großen Heildränke holen! Bestimmt toll! Ja! Euer Begleiter ist fortgegangen! Alter, Larzels! War richtig übel, ey! Was ist denn der? Was ist denn der? Schon noch ein Lilana? Ja! Mehrere! Wo ist denn der? Ah, tot! Ah, ich glaub' immer wenn man die... Ja, die stehen immer rum, bis man sie angreift! Ja, ist voll! Ich muss schnell mal jemanden wegschicken! Ja, der versteht da, was ist denn der? Ich muss jetzt... Ja, klar, schon! Der wehrt sich gar nicht bei mir! Ja, der wehrt sich gar nicht bei mir! Ja, dann wehrt sich aber! Ah, meine Etage ist voll, Alter! Nicht schon! Das dumme Knappige! Okay, mach mal. Keine Ahnung. Geh mal schmutter lang. So, da schlägt wieder jemand in der Luft rum. Wurde jemand wieder verwirrt. Nein, die Brücke ist weg. Nein, ich sehe schon einen Endgegner ganz dahinten. Seht ihr den? Ja. Aufm Schiff. Da fliegt der Hollen. Ja, shit. Auja. Nee, der ist grün und nicht blau. Oh, die ziehen Lebensenergie weg. Ah, okay, wenn du Gegenstände kaufst und gleichzeitig aber halt auch was holen soll, dann verwendet er das gewonnene Geld dafür. Nicht schlecht. Boah, ja. Eigentlich ist es ja egal, wie rum. Mensch, die Bekleider sind ja richtig intelligent. Ja. Alter. Meiner ist grad gar nicht da. Einkaufen geschiebt. Oha. Oha. Geh weg, mein Freund. Boah. Boah, das heißt am Limit. Ah, ich merk grad, dass, dass, äh, die Ferncamper so ein automatisches Ziel haben, weil ich hab jetzt voll daneben gezielt und ja, trotzdem auf den anderen oder halt getroffen halt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass er irgendwie doch automatisch noch justiert. Ja. Also ein Rezip kannst du nur daneben schießen, wenn nix mehr da ist. Ja. Oder halt irgendwas im Weg. Kämpfe da einer in der Luft rum? He, 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 he. Der Garnäle schießt da oben nach hinten. Da backt da die Luftkeks. He, he, he. So. Boah, wie viel da noch sind. Hamburg, fucker! Du kommst nicht vorbei! Wir wollen aber nicht. Auch noch zweifel. Bisschen Halssprung. Yeah. Ah, mit jedem Stufenaufstieg werden Gegenstände identifiziert, sieh ich grad. Verstand hab ich schon wieder da. Ja. Yeah, Stufe. Schon noch was. Lass mal ja schon wieder runter. Oh, ich viele Piraten, hey. Achso, da ist nix mehr. Ja, grad eben noch die. Wartet mal noch kurz, bevor wir aufs Schiff gehen. Ja, halt grad die Gegner noch hier. Aber die kommen jetzt alle halt hier raus. Achtet auf eure Gesundheit, die sind explosiv. Das heißt, die expgieren wahrscheinlich kurz bevor sie sterben. So, wartet bitte, bis ihr aufs Schiff geht. Ja. Ich bin nämlich grad, äh, ich kann nämlich jetzt meine ganze Gegenstände... Oh. Jetzt sind aber wieder zwei weg bei mir. Ja. Ja. Ja, dann kommt schnell halt. Gibt's auch grad noch ein bisschen. 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 So. Mag ich noch weg? Ich bin weg. Und... Du bist weg. Äh, du bist da. Äh, jetzt bin ich auch weg. Ich hab, ich hab, ich hab Stiefel für Macher plus 5 Stärke. Ja. Simon, du bist grad noch da, also... Ja, ich weckst du. Ja, ja. Dann ist's weg. Ah, diese Ladeprobleme sind schon noch recht merkwürdig. Muss ich mal als ganz aus dem Spiel raus oder einfach nur ins Menü? Weiß nicht, ich probier's aus. Vielleicht geh nur ins Menü. Ich hab's jetzt grad mal ins Menü gemacht. Ich guck jetzt mal, ob's geht. Ja, gut. Okay, jetzt genauso. Okay. Macht jemand ein Portal? Ja, ich glaub ich hab noch. Steht es nicht mehr oder was? Wovor... Ja, ich geh mal... Doch, doch. Zum bunten Portal. Ja, stopp. Das ist ganz irgendwo anders. Achso, danke. Tempels treppen musst du, äh... Steppe, treppen.